halli hallo ihr lieben kreativen herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute habe ich euch noch mal ein haul und zwar ich habe noch mal bei kreativ bunt bestellt und bei faltkarten und was ich bestellt habe zeige ich jetzt in diesem video und ich wünsche euch viel spaß dabei ich würde sagen wir fangen mit faltkarten an und bei faltkarten habe ich mir einmal basis motivpapier bestellt und zwar designpapier set basic in türkis das seht ihr hier schon die ganzen motive oder bedrucke die eben drauf sind und ich wollte einfach unbedingt auch mal was haben was er so wie gesagt basic eben ist aber trotzdem irgendwelche motive drauf sind deswegen habe ich mir einmal das mitgenommen und türkis fand ich richtig hübsch passend dazu habe ich mir auch den cardstock bestellt auch in der farbe türkis sind fünf stück drin und hat 240 gramm also wie gesagt passt das perfekt dazu dann habe ich von faltkarten natürlich auch das neue motivpapier happy herbst mir mit bestellt da habe ich jetzt schon ein projekt hochgeladen ja also ich werde das gerne auch unten in der infobox einmal verlinken da habe ich eine pizzaschachtel selbst gebastelt für eine kleine mini ritter sport schokolade und genau wie gesagt da habe ich das designpapier her genommen und das finde ich auch so mega schön dann habe ich mir eine stanze von sissix mit bestellt und zwar diese hier ich war ja wirklich wirklich lange schleiche ich schon um diese stanze herum weil ich diesen kleinen wichtel so süß finde nur immer waren diese stanz so teuer und ich wollte die nie so mitnehmen aber bei faltkarten habe ich es mir jetzt einfach mal gegönnt deswegen ist die mit in den warenkorb gewandert dann habe ich mir noch eine stanze mit bestellt von my favorite things und zwar hier diese mary and bright stanze finde ich auch richtig cool ich finde auch die größe richtig mega gerade so für karten wenn ich wirklich einen schönen hintergrund gemacht habe dann kann ich mir das ausstanzen drauf kleben und im prinzip ist eigentlich schon die karte dann fertig dann habe ich mir ein stempel set von cool rieke stempel mir mitgenommen und zwar dieses hier das habe ich euch auch in dem projekt gezeigt wo ich hier dieses motivpapier hergenommen habe hier sind wirklich sehr sehr schöne sprüche drauf ich kann sie euch mal gerne vorlesen entzündet das licht und erwartet da deine glücksbotschaft nimm dir zeit glücklich zu sein schön dass es dich gibt danke hier haben wir für dich lass dich feiern alles liebe dein glücks licht ein glücks licht nur für dich zündet die kerze an und beobachte wie durch zauberhand eine glücksbotschaft erscheint und hier habe ich dann noch so kleine sternchen und auch noch herzchen das fand ich wirklich mega mega toll und weil ich bei kuriki stempel das so schön finde dass die stempel einfach nicht ultra groß und weil was will man bitte mit irgendwelchen ich sage jetzt mal wenn ich jetzt diesen spruch hier hernehmen würde und der wäre so groß also das wäre totaler schwachsinn deswegen mag ich das von kurik stempel sehr sehr gerne dass dies so klein sind und ja auch schön handlich dann habe ich mir zwei stempel bestellt von polka dort oder doddles oder wie auch immer das aufgesprochen wird und zwar einmal dieses stempel set hier ich fand das mal sehr sehr cool zur abwechslung mal solche schnörkeleien nicht sehr sauber saubere stempel zum haben also ich weiß nicht ob ich das jetzt so richtig erklären kann auf jeden fall hier die blume die ist einfach nicht akkurat da ist jetzt nicht jedes blatt wie das so gleich sondern so wie es einfach wirklich ist so so handgezeichnet zieht das eben aus und das finde ich so so schön und das sind eben klartext stempel klartext stempel clear stamps so rum ich weiß gar nicht komme ich jetzt auf klartext stempel ja genau clear stamps und daraus resultiert eigentlich noch ein gut also sehr sehr cooles projekt und das zweite stempel set sieht so aus verballer entschuldigung ist gerade was runtergefallen und das zweite stempel set sieht so aus und ihr seht schon dass es hier so ein pilzhäuschen und hier mit einem pilz ein schmetterling und diese blume und das hat diesen grund da das thema von der facebook gruppe miteinander fantasievoll gestalten diesen monat das thema pilze beinhaltet und ich habe dann durchgeschaut habe wirklich ein defizit in meinem bastel reich gefunden und zwar ich hatte nichts über pilze von pilze mit pilze wie auch immer deswegen musste ich was bestellen und es gibt gar nicht so viel sachen mit pilze muss man auch mal dazu sagen außer jetzt wie gesagt diese hier und die fand ich noch recht hübsch und auch das drum herum fand ich toll wo ich sage okay das würde ich auch mal ab und zu wieder mal verwenden aber ansonsten gibt es wirklich gar nichts richtiges mit pilzen und genau da werde ich dann projekten dazu gestalten zu dieser zu diesem thema in der facebook gruppe und deswegen habe ich das bestellt deswegen war es auch gleich mal ein grund noch mal dann irgendwo shoppen zu gehen das war jetzt alles was ich bei faltkarten bestellt habe ich räume das schnell weg und dann zeige ich euch was ich bei kreativ bunt bestellt habe bei kreativ bunt gibt es ja derzeit ein sale auf das ganze sortiment weil kreativ bunt geburtstag feiert und habe ich auch ein bisschen zugeschlagen als erstes möchte ich euch die stanze hier von sissi design zeigen und zwar sind dass die monsterchen aus diesem jahr diesen halloween release habe ich mir erst gedacht okay gut ausschneiden wird jetzt nicht ultra schwierig sein falsch gedacht nadine für mich waren die formen zu beginn eigentlich sehr starr das heißt dass ich nicht allzu viel kleines schnippeleien machen musste aber es war wohl doch nicht so ich habe mich sehr sehr abgemüht die auszuschneiden und das ganze und deswegen habe ich mir gedacht kommt wenn es diesen sale gibt dann schlage ich bei dieser stanze einmal zu dann habe ich von dem neuen winter release weihnachts release von sissi design mir dieses stempel set hier gegönnt ich fand das so so niedlich vor allem finde ich da wirklich mal missus center richtig süß und auch die elfe natürlich der weihnachtsmann ist auch toll und das rentier aber ich weiß nicht die zwei motive die haben es mir richtig angetan und weil ich dann gedacht habe okay bei sale mache ich nie was falsch ich nehme mir gleich einfach die passende stanze zu diesem stempel set auch noch mit deswegen ist das auch ebenfalls in meinen warenkorb gewandert dann habe ich mir ein stempel set von mft gegönnt und ja was soll ich sagen also ich habe das gesehen bei mft glaube ich selbst war sehr 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 schockverliebt und habe damit bekommen dass es die liebe wäre aufnehmen möchte in den shop und ich habe dann immer wirklich schon fast alle halbe stunde stunde geguckt ob es irgendwann mal drin ist bis es mir zu blöd war weil es einfach nie drin war dann habe ich eine zeit lang irgendwie ein bisschen vergessen muss ich sagen und dann bei diesem sale habe ich einfach mal so random like durchgeschaut und auch gerade bei diesen marken die ich viel kaufe auch geschaut und dann ist es mir wieder aufgefallen und dann musste ich zuschlagen und zwar ich spreche von diesem set hier ich fand das so so süß mit diesem elch und diese tasse mit diesem weihnachtsbaum ich weiß nicht ich fand das einfach alles so so toll und finde es immer noch so so toll und ich weiß wenn ich die kamera ausmache werde ich sofort glaube ich damit was basteln und dazu habe ich auch noch gleich die passende stanze weil ich nämlich gesehen habe diesen baum auszuschneiden da wird man einfach nicht fertig und ich glaube ich hätte mir da viel zu viele nerven verbraucht da damit und irgendwann mal hätte ich dann einfach so im dreieck ausgeschnitten das würde oder wäre irgendwann mal dann so weit gewesen dass es mir nicht mehr gepasst hätte deswegen habe ich gedacht okay sale nehmen wir auch gleich die stanze mit dann habe ich mir noch mal ein stempel set von sissi design mitgenommen und zwar diesen coolen hipster center so heißt auch der stempel an sich nicht wundern ich habe den schon ausprobiert einmal hier habe ich so ein masking papier mir aufgestempelt und dann gleich ausgeschnitten und hab's hinten reingetan genau wie gesagt diesen hipster center habe ich mitgenommen ich finde ihn so mega ich habe den gesehen und ich fand ihn so so geil deswegen habe ich den einfach mitgenommen und ich bin wirklich sehr sehr verliebt in in diesen in diesen hipster center ich kann euch auch mal gerne die karte kurz zeigen und zwar sieht so die karte aus ich finde die so mega also diesen center koloriert mega geil und dann fand ich das irgendwie so weil er schon so cool und lässt sich rüberkommen fand ich es auch so mega cool einfach mal nicht die allzu typischen weihnachtsfarben zu nehmen hier geht's ab das muss ich noch mal ankleben deswegen habe ich dann hier einfach zu so einen gelben schein raus gemacht und dann einfach so rote sterne dazu dass es doch dann wieder ein bisschen mehr weihnachtlich ist und dann hier eben die stanze von lon von ausgestanzt und drauf geklebt und ich finde die karte wirklich mega cool grad für jemand männliches zu weihnachten da einfach auf diesen typischen kitsch einfach nicht steht finde ich diese karte wirklich sehr sehr passend dann habe ich bei kreativ bunt auch von polka dort mir ein stempel set mitgenommen und zwar von diesen wichteln hier und zwar der wichtel der woher auf diesem rind hier reitet finde ich so so mega cool habe ich auch schon aufgestempelt und koloriert finde ich echt mega toll und dann habe ich mir noch drei stempel sets von stamping feller mitgenommen und zwar einmal hier diesen mobs ich habe den schon wohl zum ersten mal in den shop kam echt lieb geäugelt da damit und habe mir gedacht nein 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 brauchst du nicht nein nein brauchst du nicht und bei sale hallo da kann man einfach nicht mehr dran vorbeigehen deswegen habe ich den mobs mitgenommen dann von den etwas neueren stempeln habe ich mir dieses hier mitgenommen fand ich auch so so mega schön einfach weiß mal sehr schlichte farben farben ich meine formeln sind und auch so dass mit dem apfel und diesem mädchen ich weiß nicht es hat mir einfach es erwärmt mein herz wenn ich das ding sehe und dann habe ich mir das stempel set alles in wonderland mir mitgenommen finde ich auch richtig mega entschuldigung für die auch richtig mega und ich finde auch momentan kann echt die stamping bella stempel mega ich weiß nicht wie es so aber es hat mir gerade echt mega angetan ja dann kommen wir auch schon zum letzten teil was nicht sehr interessant ist aber ich zeige es einfach zur vollständigkeit und zwar habe ich digitape mitgenommen in drei millimeter also ich glaube dass sogar das dünnste was es gibt weil ich auch immer mal wieder sehr sehr dünnes digitape brauche und ja meine lieben das war jetzt meine bestellung einer von kreativ bunt und einer von falt karten ich hoffe das video hat euch gefallen schaut auch gerne meine infobox nach da habe ich wie gesagt das eine video mal verlinkt wo ich die pizza schachtel selber gemacht habe und ja in dem sinne wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen tag und bis zum nächsten mal tschüss